Es ist wieder soweit! Ja, es ist soweit! Es ist soweit! Ja, es ist soweit! Es ist Kilbyzeit! Durch den Jammat laufen, tolle Sachen kaufen! Ja, es ist soweit! Es ist Kilbyzeit! Und auf dem Bodenplatz ist ganz viel los! Aeinander treffen, regenerieren, den Alltag vergessen, nicht alles studieren, zusammenkommen und den Plauschen heute! Wir freuen uns! Es ist Kilbyzeit! Es ist Tradition seit Generation! Schaust du unten, was es alles so gibt? Schlendern für Weile gemütlich nehmen, die neuesten Trends am Jammat sehen! Der Geruch von Bratwurst und Maroni ist mega fein! Und gar nicht ohne! Auch das Magenbrot nehme ich gern mit heim! Da höre ich auch schon den Jammat schrei! Aus eigener Pickerei, von guter Ohnermagenbrot, frisch brennte Mandeln, Karamell! Ja, es ist soweit! Es ist Kilbyzeit! Durch den Jammat laufen, tolle Sachen kaufen! Ja, es ist soweit! Es ist Kilbyzeit! Und auf dem Bodenplatz ist ganz viel los! Das Ambiente ist das Spezielle, dass es nur an dem Autor gibt! Jung und Alt treffen einand, haben Softies und Ballen in der Hand! Der Martin gehört zum Highlight vom Jahr! Und Kinderträume, die werden wahr, auch viele Jahre später, erinnern mich an den Kilby-Badz, als was gestern war! Die Karussell fahren sich daran, erfreuen an all den Bahnen, die klassischen und neuen, der Sound klingt ganz speziell! und alles dreht sich mega schnell! So jetzt geht's los! Und bitte schnell! Tempo! Ja, es ist soweit! Es ist Kilbyzeit! Durch den Jammat laufen, tolle Sachen kaufen! Ja, es ist soweit! Ja, es ist soweit! Es ist Kilbyzeit! Es ist Kilbyzeit! Durch den Jammat laufen, durch den Jammat laufen, tolle Sachen kaufen! Es ist wieder soweit! Neha! Ja, es ist so weit, es ist Kilbyzeit, durch den Jammat laufen, tolle Sachen kaufen. Ja, es ist so weit, es ist Kilbyzeit und auf dem Bodenplatz ist ganz viel los. Ja, es ist so weit, es ist Kilbyzeit, durch den Jammat laufen, tolle Sachen kaufen. Ja, es ist so weit, es ist Kilbyzeit und auf dem Bodenplatz ist ganz viel los.